Ja, das ist Loser im Finale, glaube ich So, Alex, Geber oder Mutig und ja Achso, ja, ich geh mal Mute Das Gute ist, ich kann meine Überschrift beim Twitch-Spielen lassen, weil wir wieder gegen HD-Spielen Das letzte Mal hab ich auch gegen HD-Spielen Das ist nämlich schon ganz gut Ähm, ich bin die im Aborten übrigens Ich bin Goldmau Ähm, Macrochna Mee Ich bin die Lotte Wir haben Top 2 und haben wir alles dahinter Ich werd den Gleiter-Cut übrigens nicht versuchen, egal was passiert Der hat mich weggepumpt Der hat mich an Triple Greens auf 3 draußen Ob ich nicht drafte, ganz links Der erste ist richtig am Längen Nun Gleiter-Cut Ich bin eins Weg Achtung, dürften Green nach vorne Oh, ich wurde von Random Green getroffen, aber ich hab noch super Ich bin auf 6 oder 7 Ich bin auf 6 oder 7 Ich bin auf 6 Ich bin auf 6 Okay, dann hau ich die irgendwie Dann, sicher weg Oh nein, 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 lass mal, lass mal Ja, äh, kannst du in, kannst du in, oder mach mal links bei den Items Links bei den Items Links bei den Items Ja Hast Sebo und Schlaupt noch einen Oh, und die haben, äh, dieser Rookie hat ein Bill auf 7-Mens Leute, der leckt so der Knochenbauer Ich hab den ganzen Feuerwehr beschossen Ich hab den ganzen Feuerwehr beschossen Ich versuch mit meinen Red Völken, ich hab hinter dir auch eine Red Der hat Stern vor mir, das bringt nichts Der hat Stern vor mir, das bringt nichts Die geht auf dich, ähm Kam von hinter mir und ist mich gepasst Die werfen den Blue noch Die werfen den Blue noch Ich hab doch ein Bill an Aber ich weiß nicht Achtung, der noch Bill Ja Ja Von 2 auf 10 Die Red, die Red hat mich einfach gepasst Ich war mir sicher, die geht auf mich 3, 5, 6, 7 War zumindest bei mir ein Leggy Waste Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war Ja, doch, war's Ich wurde, Kurve 1, wurde ich ins Offroad gehauen Auf dem 2. von Barrio Ich frag nur nach, weil ich den Stream auch machen will Also, ich lass den an Äh, was sollen wir wählen? Cheese Land? Cheese Land? Ja, wir auf Hm Soll ich, soll ich mein MkU-Chip sagen, dass der Raum laggt? Flag Penalty Ja, sag ich jetzt Lass einfach fahren Erstmal gucken Nö, ich Ich hab das mal geschrieben Diesmal meinen sie auch mal den Hosten wechseln Soll ich lieber Zebra hosten lassen Kannst du die Bananen mal wegwerfen treffen? Ja, und die Bananen hast du geteilt, hat das halt nicht bekommen oder eins gekauft Äh, ich hab jetzt eine Red auf 4 Ich halte die erste Ich halte die erste Ich halte die erste Ich halte die erste Ich halte meine zumindest ne Weile Ich halte mich zumindest ne Weile Ja 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 Das möchte ich Aber vielleicht hält der nicht Ja 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 Ne Da hat noch Triple Shoots danach Oh, der hat Triple Greens, Acht und der Triple Greens auf 3 NEIN 1, 3, 6, 7, 4 Ja, ist okay Aber diese blöde Pflanzen, da wäre ich auf 1 gezogen und jetzt noch Das ist ein Knapper Auf Cheese Land Auf Cheese Land ist echt die Strat Sich ein Bild zu holen und dem bei Start Ziel anzumachen Und der hält dann so lange Bis zum zweiten Gleiter Ne, bis zum Gleiter Und dann hat man danach noch ein Alter und bekannt zu ziehen Also eigentlich ist es ein geiles Wort Was wollt ihr haben? Ich hab die... Sunshine Ja, keine Ahnung, ich bin nicht Erster, wer ist ein Odyssey? Ne, ich bin 1 Ich würd Cheap Cheap oder sowas nehmen Oder Sweet Sweet, wenn ihr wollt Sweet Sweet, okay Cheap oder Sweet Sweet Cheap Ich sag auch mal, wenn ich auf 1 bin Eigentlich ist das egal, weil ich 2 auf 1 auf 1 bin Ja, Sunshine... Sunshine ist halt so Es gibt immer jemanden, der die erste Kurve Enger als ich nimmt und wenn ich gebummt, dann bin ich sowieso auf 4 Also von daher Solange wir nicht alle Spots vorne haben Macht es für mich jetzt nicht so viel Sinn Es anscheinend zu viel Dolphin... Oh, Sebi Sagt uns die Strecken an, die wir wählen sollen Ja, auch gut Ich hole eine Banane raus auf 1 Ich hole eine Banane raus auf 1 Ich glaub, ich hab einen Driver außer runter Ich glaub, ich hab einen Driver außer runter Ich hab jetzt einen Green draus noch frei Habe ich ihn auch? Oh, ähm, nein, nein, ich zieh die Karte, wir öffnen die Bombe nach vorne bei Startziehen jetzt Richtig? Ahnung, Bombe Ich hab noch ne Welt, ich werde den von Oh, ne, der Zebi ist jetzt da Nein! Der hat ein Buu angemacht Nein! Mach der Zebi bitte Dayflex, fährst du Mitte? Ja, ich fahr Mitte Ich bin halt Shannon noch viel Ich mach noch ne Red nach vorne Oh, ich triggere meine Schuhe, muss ich irgendwie zu sehen Oh, meine Schuhe muss ich klauen Ja, bin weg, eh, Flux Ja Kann man den Kack-Chucker Ja, die Schuhe sind Red Apex davorin? Ehhh, ja, kannst red'n Ja, ich geh dann Die Mitte Ich mach auch nicht mehr Schuhe hier auf 2 Brisbane Reds Lettrips Oh Hat der, oder hast du? Lettrips Reds ich nehme gleich kann ich bin ein alter macht stern an ich glaube ich sollte im wort doch hoch in mein zimmer gehen da lecks weniger also gestern gegen als ich eigentlich am schlechtesten wlan spot überhaupt war hat es null gelegt und ich konnte fragen jetzt werde ich von jedem zur tode gebämmt das ist ein ländchen oder elektro dromen wir haben gerade 10 und 2 also ist das gerade noch knapp wie viel haben wir? Minus 12 gerade 8 oder 8? Aufgefangen? Ja Minus 8, ok Ja, Minus 8 Das stimmt Ja, weil ich das ja mit dem noch so weit vorgezogen habe Ja Ha, die Cappy, das sehe ich ja, sie hat von 7 Tja, also hieß der eben im WW schon Der musste mein WEC Odyssey kontern Ich fahr am linken Weg Ja auch Hier aufs ganz linken Box Ich hab ne Red, aber ich... Ah, Achtung Red Der Leber hat mich ganz nach hinten gebombt Wer ist denn der Orangenmeme mit Wiggler? Ist das denn nun? Ja Wiggler ist ein zweiter mit Münzen Ja, klingt gut Oh Das vorne hoch 2, jetzt Achtung Ich bin 1 Sind die 2 oder wir? Ja, diese 2 Nee, der hat mich jetzt Aufpassen auf dem linken Weg liegen jetzt auf 3 aber nachfangen Die sind 1 Ich zähle jetzt gar nicht auch eine Gepflanze Auf 4, 5, 9 Auf 4, 5, 9 Auf 4, 5, 9 Auf 4, 5, 9 Robin, fahr du rechts Nein, geil Ja, fahr der ich fand es sein dennoch denn nicht gleich die feier flower aus wenn du getroffen wurde das hat mein rennen komplett gekillt weil den ersten den du getroffen hast war ich und sonst kein kein gegner war in der nähe und du haust einfach das ding nach vorne einst wäre ich eh nicht geworden aber da kam der boomerang noch und dann hat mich noch einer überholt ich habe mir das gehofft dass ich den ersten da halte aber klar wenn die zwei drei dahinter haben da gab es auch die neopauser welt apropos neo er hat mir geschrieben dass er dass er heute leider doch nicht das nicht los und kann mir kommentieren aber er wird die nächste woche machen habe ich ihm gesagt so wie es aussieht es kann nächste woche geben für und einer ist noch vorbei Ich denke schon, hier habe ich Top 5 zu eröffnen. Oh, die Bananen. Die haben Top 4 und sie haben mich mit Greens, dann ist Top 5. Ja, die haben mich jetzt auch. Mich? Oh, zieht ja noch ein Bumma ran. Ach, der Lukey, der bleibt stehen. Du bist ein Leck, der bleibt stehen. Ich habe einen Schock, ich habe einen Schock. Ich habe einen Bill, warte, sag dir wann. Ich mache jetzt 3, 2, 1, go. Ja, der Bill hält 2 Sekunden, nice. Äh, ich, nice, jetzt mache ich den noch einen Stern am Netz. In 3, 2, 1, jetzt für das rechte Doppel-Euchel. N ist auch eine Banane gefahren. Ja, die Banane. Oh, leck mich am Arsch. Ja. Ich habe einen 3, 4, 5. Ich sage, ich habe einen Top 5 aus diesem Fall über Top 4. Ja. Ich kriege irgendwie keine Blutfeld. Aber hätte uns jetzt auch nicht gebraucht, glaube ich. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob es so leckt, oder ob die tatsächlich so langsam die Strecken fahren und immer bremsen. Nö, die legen. Dieser Rookie, Rookie war vor mir mit einem Stern und durch Leck bleibt der stehen, ich falle rein. Und dann ist er auf einmal wieder vor, der sich wieder nach vorne. Denn bei mir sind Sebo und Kohl mal so Streckenmitte gefahren und ich bin dann irgendwie immer innen durch oder muss dann auf die Bremse treten, weil die Triple items hatten. Weil es irgendeiner von euch, woran das hängt, wie lange der Bill anhält. Naja, von den Spots, von allem. Aber eigentlich wundert es mich, dass der das sofort ausging. Ja, Meisers Bill ging doch auch 5 aus oder so, oder? Ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht in der Karte Deutsch will, dann gewinn ich viel Zeit. Ich dachte auch, dass der an der Stelle lange hält. Oder zumindest das geschlängelt durch. Ja, dachte ich auch. In der MKU wäre er bis 1 gezogen. Ich weiß, wenn die Spots zu gut werden für den Bill, geht der sehr schnell aus, aber... Ja, deshalb hat es mich gewundert, dass der ausging. Der ging halt wirklich sofort aus. Der hat vielleicht 1,5 Sekunden, 3 Sekunden... Und ich habe an der Stelle auch schon Bill's angemacht und die hielten länger. Ja. Aber ich habe Triple Bananen gezogen. Dann kann man auch wieder auf die Treppeleitung, bis ich schon draußen probieren. Das ist einfach so ein Ding, ey. Pass mal auf, der hat eine Green auf. Der wird vielleicht Backspam, denke ich mal. Der hat 2. Ich habe Triple Greens gezogen, ich werfe jetzt mal. Oh, ich fall runter, Achtung, kommen wir jetzt mit Greens an. Ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball. Du bist so weit drauf, oder? Das ist doch ein Bauch. Ich habe einen Ball. Die sind so weit drauf. Das ist jetzt nicht möglich. Wie weit drauf, oder? Nein, der ist so weit. Den? 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 ich war gleich die linke Weg gemacht oder die Hupen ich wollte nur nicht mehr noch die Feuerwehr ich hab die 6 Schuhe ich glaube wir gleich noch mal sterben an den Schocken also geliebten ich bin Zehnter mit Abstand und ich denke nicht 7 noch mal ich hab schon aber ich hab von Goldschirm ich sag sobald ich machen kann also also ich bin jetzt im Stern und zieh noch den Cut ich weiß wer ich mach so ich triggert also also ich bin noch von 6 auf 2 ich bin noch von hier vollkommen halt also ich bin noch von hier vollkommen halt also ich denk mal ich hab das 2 ich bin noch zu erzählen wir hätten uns auch mal ein paar Odyssey Tags machen sollen ich glaub da hat man mehr Luck ich glaub Nintendo hat gemerkt dass ich das Spiel immer noch nicht gekauft hab und bestraft mich jetzt die haben vorher deine IP gecheckt ob du das Spiel schon mal gespielt hast haben sie gesehen? Ne wir haben Konsolen-ID oder Konsolen-ID ja das stimmt IP bringt ja nix du bist ja bei den Eltern ja ähm was sollen wir wählen? sowas neutrales cheap cheap ich hab cheap cheap gewählt also minus 36 gerade so wie ich das sehe ja also 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 auch auf Tiktok-Clock habe ich CW ja eben im WW vernichtet dann wird ein Free Win jetzt holen wir nochmal eine Top 5 dann wird ein Team ich bin noch mal kurz in Trion in die Zeit ich bin noch mal kurz in Trion auch ja hier ist das ist die 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 aber wenn ich habe danach für Begründung sich Schumann wurde mal vorkommen m und und ich bin ich verletzen ich habe die Blutel übrigens Ja, she's gotten a red off the earth. Achtung, ich hatte die Pflanze an, weil sie außen ist. Ach, verdammt mich. Schießt leider, ich will gar nicht mehr übergeben. Los, hab ihn stehen, wenn er mit vorne ist. 2d1 jetzt. 4d3. Ja, ich fahr in. 9 hier. Die raken sich hinten gegenseitig, ich hab keine Box bekommen. Ich hab noch einen Schub die Bananen. Würd gern wegschießen was. Ja, hast du die Bananen bekommen. Oh, Robin! Bist du da in dem Moment an mir vorbei geschrumpft? Ich hab vorher schon geschrumpft, aber es lag so hart. Weil bei mir hast du nicht geschrumpft, dann schieß ich es. Ich sag irgendwie, ich würde die Redgun schließen. Ich sehe, keiner von uns ist da. Und dann schrumpfst du bei mir auf dem Screen direkt rein. Nee, das kam auf dem Nichts. Also ich hab schon vor 2 Sekunden auf dem Moment gehabt. Oh Gott. Dann hab ich so 2 Sekunden Delay. Ja, bei mir leckt das auch so hart. Felken, ich bin so weit innen gefahren, wie es ging. Und du hast mich trotzdem in die Banane gebummt, die in der Mitte der Kurve lag. Ich bin sogar auf die Bremse getreten. Ja, aber das ist halt dieser Leck. Das kann man halt nix machen. Minus 44. Kein Plan, wie gesagt. Kein Plan auf dem Postlicht oder generell. Aber irgendwie ist es sehr, sehr lecker. Die man hier aus und zwar auch mal. Vielleicht bei mir auch nicht so stark. Bei mir leckt hat's im BW auch so geleckt. Eben. Vielleicht war's na 10 ja auch nur du, der geleckt hat. Ich weiß ja nicht. Naja, eigentlich könnte ich's aber doch gar nicht so belastet sein, wenn der 10er Odyssey spielt. Oh, wir fährten da Silber. Da sind ja keine Server. Ja, stimmt. P2P. Hier. Absolut, kein basses Ziel. Absolut, kein green zu defaken. Aber auch nicht gifft. Okay. Tja. Bist du vorne? auch mal schnell mit mir geklaut ja bist du bei dir eins ich bin der ok weil du die wird nicht gewechselt hast ich behalte immer falls die forschung ja ich fang ja ich fahre in der warte ich fahre aus und halt meinen Coins ey mein Controller ist kaputt oder so die MTs die werden einfach abgebrochen wenn ich die charge das gefühl habe ich mal auf nein 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 das ist das ist aber kein gefühl sind wirklich red a bit to 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 red a bit halt ich auch mal ja ich ziehe nicht kalt kann ich nicht sehen der Mann liebt mir eine Banane im Cut einfach mit mir im Cut und zwei leute mit Schupe gegen Straubie vom Gegner wenn er jetzt Backspare bin ich tot ja hat gefeiert und hat der Regen für mich ich werde letzte du hast drei nee 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 Bomben im Cut gut 1-3-5-6-9 jetzt immerhin Mann Winning Race Minus 36 1-3 was nehmen wir? ja weil einfach mal geißer ist ich nehme mal weil gut tut mir leid mit der Hupe ich hab nach hinten geguckt auf einen von denen gesehen und dann hast du gerade reingeschrooomt ja kein Problem das ist schwierig mit Verhaltenskräufen das ist echt ein bisschen lag weil wenn man nicht genau weiß wie die Positionen sind ja genau ich finde das Match irgendwie ein bisschen lag und deswegen ist das auch schwierig ist das auch knapp da war ich überzingelt von Ruben Rhodes toi tatsächlich weil wir so ihr mögen woher denn das ist in hier woher woher oder woher vorbreitern wird draußen auf drei aber nicht vorhanden also ich habe mir das sind aber auch geprüft er lässt er lassen sich wir haben zu übernommen reihe er hat mich er hat mir das Achtung, ich komme aus dem Cut, mit einer Reds unten dran. Mach die beiden auch nochmal weg. Achtung, Adept und Green draus. Ich bin nochmal weg. Achtung, Fire... Fire... Fireback jetzt hier hinter der Kurve. Wir haben noch Top 3 gerade. Nein, wir sind eins. Wir haben nämlich Lucky gesniped. Achso. Ich hab Triple Beams draus, noch zwei. Ich hab Blue Shell. Wollt ich rausschauen? Fliegt, please. Fliegt. Bei... passt es nun, glaube ich runter. Ich soe, ich werde schon wieder Lucky gesniped. Hat noch Triple Beams auf einsetzt. Hätt Bomme danach, hop in. Ich meine, ich leg' Bombe. Okay, ok. Okay. Ich hab' dann den Ball weg. Bist du den Ball weg? Na ja, ok, gut. und zwei griebens rechts doppel und ich könnte jetzt ich bin hinter dir wir sind alle hinter dir ich ich lege eine banane in den cut ja das war zu spät was ist ein top 5 plus irgendwas mit 20 also zweimal eine top 5 bräuchten wir den drei rennen quasi top 3 ja gut dreimal top 3 wird auch gehen. Sollen wir den Chip Chip wieder nehmen? das ist eigentlich so unser würde ich sagen so geht es dann im Track Ja Ja Ich glaub ja nicht das dann auflicht ich glaub ja nicht das dann auflicht das generell dann warum spielt Kyoto eigentlich nicht nur wenn er da keine Lust hat er hat die letzten wochen immer gespielt und weiterbauten nach Hause, und vor Formel 1 wahrscheinlich gucken. Da musst du mich auch nicht, ich will auch lieber Formel 1 gucken. Ich auch, das ist bei allen zu. Ich nicht, ich will lieber schlafen. Ach, Aplex, ich habe gesehen, Tennis war die Zeit. Ja, im Moment schaue ich keinen Tennis, weil kein Grand Slam er ist dieses Season. Und weil Djokovic, Murray und Nadal, bzw. Djokovic und Murray ihre Saison beenden mussten. Also, die Top 2 der Welt, weil die verletzt sind. Da habe ich nicht mehr so bewusst zu schauen. Federer, der legt da jetzt nochmal den Namen. Der wird auf einmal wieder richtig gut. Der hat nur mehr draußen noch, 3 oder 2. Ja, und den... Ne, ich bin nämlich reingefahren, ich batze noch, zwanzig noch 3 Leute zwischen ihm und mir, aber... Ich habe 2 Reds, Falcon. Ja. Ich habe ihn weg. Und zieht man so früh auf... Okay, nice. Ich habe einen Blue, aber nach dem Rollschuhn erst. Ja, wir sind 1. Achso, wir sind 1, okay. Ich habe 2 Leute von ihm geboren. Nice. Er ist jetzt noch 3 Ball an. Nein. Durchs Wasser, Nöse. Alter! Der hat dich mit Absicht gefickt. Und mich auch nochmal mit der Wet. Ich habe Strom auf 1. Ne, lass es, lass es. Lass es, lass es, lass es. Weiß, ja, wollte ich gerade sagen, wir gleich haben den Blue und dann haben wir in einem einen Toch frei oder so. Ja, der Buche kam. Ja, völlig. Wieso zieht der den Schlag? Kann ich werfen? Kann ich werfen? Ja. Der Blue kommt. Ne, wieso hast du die Blue geschossen? Äh? Wieso hast du die Blue geschossen? Äh? Ich, für mich, der hat Schneider und mich da vorne getroffen. Ich habe nicht gesehen, dass der jetzt auch nochmal getroffen wurde vom Mate. Ja, jetzt haben wir all Top 3. Wird einer von euch das Go-Kommando gegeben für die Blutschester? Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich habe den... Weil bei mir auf dem Screen hat er uns beide weggekegelt. Weil mich das auch auf dem Screen hat. Ja, und dann war bei mir auf dem Screen der 1. Und ist da dann auf die Rampe zugefahren. Ich habe ihn mit der Red getrailt und habe ihn getroffen. Weil mich hat es gewundert beim Wochenlauf 1 bei mir auf dem Screen und dann sagte einer schießt. Und das habe ich nicht verstanden. Weil diese... Ich weiß nicht, was bei euch auf dem Screen passiert ist, aber ich war 1. Weil ich bin ja kein Morten. Wurde auch betroffen von der Blutsche. Doch, dem Sebe. Ja, ich war ja Morten. Ich bin ja Morten. Die haben ja gar keinen Morten. Doch, Sebe ist Morten. Sebe ist Morten? Mhm. Ach gut. Ich weiß doch. Ja, wir hätten es wahrscheinlich eh nicht mehr gewonnen. Ja, aber das kann auch nicht jedes Mal den Schuldigen sein. Wir hätten wahrscheinlich eh nicht mehr. Also... Ne, wir haben es auch. Ja, es wäre eine Misskommunikation gewesen. Aber ich war noch 1. Ich war die ganze Zeit... Ich war nie, nie 1. Ich war die ganze Zeit 1. Ich war gar nicht an mir vorbeigekommen. Ich habe die mit der Red getrailt. Und dann war die zu zweit hinter mir und dann wurde ich geblut. Und dann haben die Top 3 gemacht. Ja, sink. Ja, sink. Vorher lieber nochmal nachfragen, bevor man die Blue wirft. Ja, immer ganz auf eindeutig klare Kommandos warten. Ich meine, wenn L-Plex die 2 Sekunden später da früher geworfen hätte, hat ja nichts geändert. In der Situation. Wenn die jetzt doch 1 gewesen wären. Ja, eben. Deswegen. Es bringt überhaupt nichts, die Blue still direkt zu warten, bis ganz klar Klarheit herrscht. Ja, ich kann schießen. Ja. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Das ist eigentlich eine Woche raus. Auch genug. Erblin ist auch tot. Ist wohl zu reich. In der Tech-Zell. Ich hab' gesehen, Elbix bleibt an. Dieser Typ ist mir... Alter, dieser Super-FX. Was ist das für ein Leck? Bei Gottes Namen und Maria. Kann ich so ein Buhr machen. Red in the Minion. Ob was ein Bananen liegt denn nicht? Reine Feuerbrüche und Ausgleichbrüche. Ich hab ihm noch ein Bell an. Ich auch. Pass auf, ich ziehe. Der Feuerbrüche. Pass auf, ich hab jetzt... Nein. Alter, warum versuchst du mich zu redden? Ja, das war jetzt dumm. Weil ich wollte dir... Ich dachte jetzt, ich wär jetzt bei dir. Dann hab ich fast mit den Reds getrailt. Und dann hätte ich lieber weggeschossen, bevor ich dich getrailte. Ich könnte den D nicht einfach mehr als verhecken. Ist es nicht noch ein Rennen? Ist noch ein Rennen. Aber super. Ist noch ein Rennen. Aber super. Ist noch ein Rennen. Ich hatte ja Triple Reds. Hab die zerstört. Aber der eine hatte Feuerblume, die ich getroffen hab. Und der hat mich aus der Brücke kaputt gemacht. Also SuperFX ist echt kurz... Wenn ich im Staffel hätte ich fast geschrieben, dass der Under Investigation ist mit dem Leck. Felken, äh, das lustige ist, ging SuperFX genau davor kurz. Also als wir beide hinten waren und er auch. Ich hatte einen Stern und Triple Greens und bin auf der Brücke stehen geblieben, um ihn zu killen. Und der fährt einfach durch mich durch. Das war vollkommen geil. Ja, hat der... Äh, das ist ein... Legender Spast. Kein Wunder, dass der nur CT fährt. Ja. Ich hab letztens noch eine Pause. Und danach startet sie Dienstag. Okay. Ich hab das noch zwei machen müssen. Schreibst du leiser außen. Auf den Linkenweg. Ja. Schreibst du leiser außen. ich habe ihn ich weiß ihn nicht schon voranleiser Apex Apex bei Nantes ich bin direkt hinter euch in dem Fleisch Cut ähm wir haben gerade alles hinter eins habe ihn glaubt weg ja hast du ihn äh ich hab ne Green draußen auf 2 jetzt ja der ist hinter dir fahren rechten Weg hat er den Ruhr angemacht oder wo ist er denn ich hab da noch Kuppel jetzt äh ich zieh gleich Cut auf 3 ich dachte wir haben 4 ja ich lass dich vorbei hier völlig mit deutsch auf 1 ich hab noch ne Red of 6 da liegt die Banane die sind hinter euch mit Stern die sind jetzt 5 ich hab noch ne Blu ich hab noch ne Blu ich bin 1 kann ich werfen von mir aus von mir aus von mir aus von mir aus 1 2 4 7 9 1 2 4 7 9 ja ne über 50 äh wir haben mit minus 32 verloren ja trotzdem ganzen Fails die wir hatten ja finde ich sogar mehr drin gewesen ja ich weiß auch nicht das ist die Reden den ich interessiert hab der war auch schon beschriftlich also ne mal müssen wir so ein Reset-Knopf und mal unser Teamplay wieder überarbeiten weil das läuft's moment überhaupt nicht mehr mit der Abstimmung ja ja war nicht gut heute ich werd nachher immer noch ein bisschen den Staff nerven wegen dem Hosten mir ist es eigentlich auch egal und wir hätten das auch so verloren ja mir ist es auch egal aber das kann auch nicht sein das so spammige Regeln haben ja das höher gesiedete Team und dann was heißt hier dann können sie sich nicht einigen ob höher gesiedet bedeutet in der Tabelle oben drüber steht oder von der Seed-Nummer höher ja ja mir ist es auch egal ob wir heute gewonnen haben egal ist es nicht aber ich mein mit minus 30 gegen HD verlieren ist okay ist okay also und ja ohne Kyoto und Sebi zwei Stammfahrer in der letzten Woche ich bin mit der Stärkuliner-Funktion kann passieren kann passieren kann passieren also wenn mich ein paar Fels hier diese vierten Fels direkt gelassen hätten dann ich hab mir noch bessere Ergebnisse machen kann ja allein die Blue auf dem ersten hat er schon irgendwie fünf bis zehn gekostet dann da nochmal eine Rupel auf dem May da eine Wetschel auf dem May die Blue auf CCB hat auch einiges gekostet ich mein dann hätten wir mit minus 20 oder minus 10 hoch oder so oder 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 ne die 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 Blue allein hätte es nicht ne die Blue allein hätte es nicht ne ja erwischt dann gegenseitig ja ich hatte in dem Moment nur auch gewundert dass Neisser das nicht mitbekommen hat mit der Frage mit welcher Frage ähm als A-Flex gefragt hat wer eins ist und ob er die Blue werfen kann ja also zu dem Warten ich war darauf konsensiert den Gegner hinter mir zu halten und bin halt dann über die Waffe gefahren und da war ich gerade im Turbo da konnte ich auch nicht abbremsen und nichts denn dann hieß es auf einmal Blue fliegt und ich war die ganze Zeit der Meinung dass Felken eins wäre und die anderen hinter euch und dann hat Felken gesagt ich wurde getroffen oder so ich hab dann gedacht okay jetzt sind die Gegner vorne hab dann noch gefragt okay wer ist jetzt eins und dann habe ich nur von mindestens einem gehört ja werfen ja wie gesagt meine Sicht war es so ich werde